Willkommen zurück zu World of Warships! Es ist mal ein interessantes Match im Sprint. Zwei Zerstörer und ein Kreuzer. Ne Woon. Oh, ich bleib auf AP. Und ich kann schön radier... radieren. Ich kann schön radaren. Alter, ich radier die gleich so weg. Das glaubst du gar nicht. Wenn ich mal hier zwischen... Ja, ich werde gleich mal in den Sil hier ein bisschen... ...manövieren ist der Götland und der Jütland. Das ist sexy. Die beiden Schiffs sind gut. Benham? Oh mein Gott. Und Yugumo. Okay, die Feinde haben die übelsten Torpedo-Maschinen. Und wir haben die übelsten Gunboate mit Torpedos, die gut sind. Ich muss aber sagen, ich bin glaub ich froh, dass ich die Torpedo-Gunboats habe. Denn die können beides... ...zwar nicht gut, aber die können beides ungefähr. Vor allem die Torpedos von der USA sind so scheiße schnell, da kannst du alles wegquicken. Also wenn wir jetzt keine, was weiß ich wie viel Schaden kassieren... ...äh, ich meine, erreichen, dann liegt das vielleicht daran, weil... ...ja, alle Schiffe unter 50.000 Leben haben. Außer ich natürlich. Denn ich habe 60. Sag mir bitte, er schießt ab. Ja, er schießt ab. Pfff. Ich verstehe nicht warum, aber er schießt nicht. Okay, ein Zerstörer ist ja schon entdeckt. All Stations, reporten die Position der Bedeutung. Scheiße, ich komm da gar nicht an. Ich mach mal Heidrow. Hey? Ist da nicht nach? Ich wollt grad sagen, lenkt er dich noch? Ne. Scheiße! Ich bin auch der einzige Lappen, der keinen Torpedos hat. Scheiße! Ist das jetzt eine negative Sache? Ich spott mal den anderen Zerstörer... Oh lol, der andere Zerstörer ist tot. Pfff. Mann ey, ich bin so dumm grad, ich merk gar nichts. Das Schiff ist auf Feuer! Ja, ich werd auf jeden Fall... Oh, da sind übrigens Torpedos in Südland. Pass auf. Ist das dein Ernst? Oh lol. Da war er weg. Ich mach hier echt viel grade, merk ich übrigens. Na, ich... Ich werd grad übrigens gecarried, find ich geil. Ich möchte irgendwie die Huhn noch haben. Kann ich der Huhn noch irgendwie voll was reindrücken, dann wär ich zufrieden. Oh, ja, dat gefällt mir. Hey Mates, ich mach auch was. Alles cool. Wahrscheinlich kommen gleich Torpedos, ist mir egal. Kann locker zwei fressen. Ich hab nicht noch Reparaturen, alles ist safe. Einfach, wenn wir uns nicht mal nach links drehen und da kommen schon die Torpedos. Nice. Dreht aber jetzt weg, das heißt ich kann ihnen nicht mehr Schaden zufügen, wirklich. Seine Schieße aus einer Aufbau. Und da sind Torpedos erst tot. Lol. Okay, er ist nicht tot. Jetzt aber, oder? Nee. Ah, ich wollte einfach einparken, oder? Das war nett. Das sah echt aus, als würde ich einfach anlegen. Pfff. Okay, so ne Runde hatte ich noch nie. Das war echt komisch. Die war wohl mit Abstand am schnellsten von allen. Mann, ich war so scheiße. Jetzt hab ich ein bisschen was gemacht. Ich hab die Juden gef... Ah mein Gott, dieses Tageslimit! Ah! Na, ich hasse es. Ja gut, das war eine schnelle Runde mit der Alaska. Danke fürs zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ah.